Ich bin Hans Christian Markert, stamme aus Ostwestfalen-Lippe, bin 48 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und unseren beiden Kindern im Rhein-Kreis Neuss. Seit 2010 bin ich Abgeordneter der Grünen und dort Sprecher für Umwelt, Verbraucher und Atompolitik. Weil nur wir Grünen uns uneingeschränkt für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen. Auch gegen den Widerstand mächtiger Interessengruppen. Für eine bürgernahe Demokratie, für eine Verbraucherpolitik aus der Perspektive der Leute mit kleinem Portemonnaie und als Umweltpolitiker dafür, unsere wichtigste Ressource, unser Wasser besser zu schützen. Bin ich mit meiner Familie zusammen, lese Krimis, koche und angle und jeden Montagabend spiele ich mit meinen Freunden von der DJK Holzbüttgen Floorball, einer schnellen Variante des Hockey aus Schweden. Dass es uns gelingt, immer mehr Menschen davon zu überzeugen, durch Kreislaufideen und Vermeidungsstrategien unsere Industrie so umzubauen, dass unsere Kinder und Enkelkinder zukunftsfeste Arbeitsplätze finden.